Moin moin liebe Leute und herzlich Willkommen auf HedoStiff. Eine weitere Episode in unserem Let's Play Format Let's Play Forest. Natürlich wie immer mit dabei. Der Cody. Ja, da sag ich jetzt mal nichts zu. Ist auch kein Problem, lasst das Feuerzeug euch an, es ist ja so ja dunkel. Ja, ein schlimmerer Bass hier. Wir haben uns jetzt mit der netten Pistole, die ich hier in der Hand führe, ausgestattet und werden jetzt den Krater besuchen, um endlich den kleinen Timmy zu finden. Hoffentlich ist der kleine noch am Leben. Ich erweitere diese dürftige Ansprache meines nach wie vor leider aktiven YouTube-Partners. Nebenbei, ich bin immer noch auf der Suche nach jemandem. Der Hase ist kaputt. Was hast du gemacht? Er hat den Hase mit der Pistole erschossen. Das hörte sich an, als ob du ihn einen Sprengsatz gezündet hast, oder? Oder kommen die komische Türen? Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt ist es echt wie so eine kleine Autobahn. Ich finde das immer wieder cool, wenn ich eine Korre frei kann. Ja, dann komm mal, komm mal, komm mal mit. Ja, ähm. Wir haben uns ja ja... Sorry, ich wollte gerade noch sagen, ich versuche die ganze Zeit die Autorun anzumachen, mit dergleichen Tast, äh, ich, weil The Division benutzt, aber irgendwie... Ich glaube das nicht. Oh, das muss ich schon wieder irgendwas sagen. Hatte. Ah. Also, du bist hier auch der Autobahn, der dir ist schon klar, wenn du den Kampf jetzt anfängst, wird der nicht so weit zu Ende sein. Ist mir egal, der hat mich angesickt. Na, Jürich. Sei froh, dass ich dir keine Pfeile in den Kopf jagen kann. Okay. Gut, hier ist doch kein Friendly Fire, von daher ist es eigentlich wurscht. Ey, jetzt rede, was du reden wolltest, Mann. Ja, wir hatten uns ja in den letzten Folgen überlegt, ähm, wie weit wir dieses Spiel jetzt noch ausdehnen, weil wir halt mittlerweile doch eigentlich fast alles haben, was man haben kann. Gut, die Story laggt so ein bisschen, aber mein Gott, irgendwas ist halt immer. Äh, wir können jetzt mit Sicherheit noch zehn Folgen drehen oder zwanzig, indem wir uns noch irgendeine supergeile Base bauen, aber da das einfach in Forrest keinen Sinn ergibt, weil man einfach mit dieser Base dann anschließend nichts machen kann, äh, die steht dann halt da, sieht geil aus, aber das war's dann auch, ähm, haben wir uns halt überlegt, dass wir den ganzen Kram halt sein lassen und jetzt halt noch, äh, aktiv die Story vorantreiben, sprich, den kleinen Timmy suchen, eventuell noch hier so eine kleine Side-Story aufdecken oder so, was sich da so ergibt und dann wird's das auch mit diesem Let's Play gewesen sein. Let's Play together! Und wir haben uns auch mittlerweile darauf geeinigt, dass wir dann als nächstes tatsächlich Seven Days to Die spielen werden, gänzlich ohne Mods. Ich bin zwar ein großer Fan von den Mods, aber Floschi hat da irgendwie nicht so ganz unrecht, die Dinger sind halt teilweise relativ buggy und drüben dann doch das ein oder andere Mal, äh, recht heftig den Spielspaß. Von daher spielen wir die ganz normale Version Alpha 17, wie sie aktuell läuft und hoffen mal, dass sie uns und euch Spaß machen. Und hoffen das Beste! Ja, wie immer. Gut, dass ich von diesem Spiel keine Ahnung hab und wie... Gut, das hast du ja grundsätzlich von keinem Spiel. Das kann uns ja nicht abhalten, das Spiel zu spielen, dann könnten wir halt nichts spielen. Dann würden wir ja auf diesem Kanal vielleicht Tetris spielen oder... Ey, guck mal hier, unten ist ein Kroko. Unten ist ein Kroko. Willst du das jetzt schon wieder töten oder was? Nein, 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 ich liebe doch Tiere. Herr Sheriff. Hier da, hier ist ein Kroko. Ah, was zum Geil, wo kommt das denn her? In den Kopf. Okay. Das Kroko war eigentlich ganz gut stabil. Schade, dass sich das nicht gefressen hat. Die spawnen immer plötzlich hinter einem, das ist total lächerlich. Wie despawn? Die spawnen hinter einem. Hier vorne müsste jetzt irgendwo der Eingang sein. Eigentlich ein. Hier wird mir der auf der Map angezeigt. Wollte mich jetzt verarschen. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Mein Gott. Wieder so ein schmales Ding, wo ich nicht durchkomme. Der Dicke muss durchs Loch. Das Dicke muss durchs Enge. Waschis Leben. Was? Ein perverse Stück Scheiße. Ich bin aufgefressen. Ich hasse diese Höhlen, ey. An mir sind auch nur Hau und Knochen. Also ich meine, das war die Höhle, in der wir quasi am Ende, ich könnte eigentlich mal auf die Map kommen. So schleudig, glaub mal, wenn wir sein können. Ich muss jetzt erstmal auf die Map kommen. Sekunde. Also links, rechts, hoch, Quadrat, Pi. Wurzel aus 35,28. Das läuft. Das ist nicht richtig. Mach mal den Zaun da kaputt, der sieht scheiß aus. Oh ja, Jucken. Ich hab ein Deja vu. Keine Ahnung. Ich hab absolut keinen Plan. Ich hab letzte Mal... Ne, hier gehts doch, glaub ich nicht. Spring doch. Hier kann man auf jeden Fall runter. Spring, spring, spring. Ah, hier ist nochmal Farbe. Der Farbe ist ganz wichtig. Oh, hier ist auch nochmal ein Dokument. Und ne Taschenab ist hier auch noch. Ich würde dann gleich nochmal einen Schokobiegel essen. Ah, hat er sich den schon geniedert. Geniedert da, hier der dicke da wieder. So, ich pinsel dich jetzt mal hier voll. Lalalala. Ich bin weg, tschüss. Mein Name ist Picasso. Ach, dieses Wasser ist so laut. Abseilen, Baum, Feld. Das ist echt verdammt laut. Das ist auch nur das Wasser. Das Feuerzeug bedrohlich nah ans Seil. Ich hab irgendwie Angst, dass das immer mal ins Auge geht. Ich denke aber hier ist so viel Wasser im Umlauf. Da wird nichts passieren. Achso, jetzt muss ich hier wieder... Wo war da mal, dass es klettert? Schön einhändig, wie immer. Nein! Oh Gott, ich dachte ich wäre abgestürzt. Idiot, ey! Da wird der Fette erstmal abgestürzt. Das hätte auch mal einen ordentlichen Fleck gegeben. Ja, wie Mikey schon immer sagte. Sägt den Dicken ab. Ja! Wir sind hier glaube ich früher mal geklettert, oder? Nein, du bist gesprungen. Du bist letztes Mal gesprungen. Dann sind wir nämlich hier runtergeflogen. Ich frag mich ja wirklich, warum da so ein... immer so ein Stück Karabiner mit Seil hängt. Was hat das für einen Sinn? Das ist auch von der Klettertour, von diesen Touristen, die immer unterwegs waren. Ah, ja. Waren. Alter, geht das tief runter. So, wo sind wir jetzt auf der Merd? Müssen wir noch tauchen bleiben? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier sind wir aber richtig. Hier dieses Metall, den kann ich mich erinnern. Ja, gleich müssten wir da noch tauchen, glaube ich, oder? Ich muss erstmal wieder eine Waffe auswählen. Boah, es ist dunkel. Wenn wir mal zwischenzeitlich kurz das Feuerzeug ausgehen. Ehrlich. Dunkel wie einem Rattenarsch, du. Schieb mich. Ja, schieb mich weiter. Ich schieb, ich schieb. Ich schieb. Ja, deutlich schneller. Für solche Fälle hat man normalerweise immer Vaseline dabei, aber... Hä? Ach, hier war das Glory Hole. Oh, hier war das Glory Hole. Hallo. Das ist kein Orientierungssinn, ey. Hallo. Ich bin einfach ein Profi. Ich wusste das schon immer. Ich bin ein Profi. Ja, ja. Ich hab definitiv Pro-Gamer-Gene in mir. Ja. Oh. Legt mich im Arsch, ist das Dunkel hier. So. Sieht immer gut aus. Jetzt geht's ab. Wir sind hier gut on Tour. Jetzt geht's ab. Einmal ein Fire. Find das auch gut, dass die Zäune immer wieder spawnen. Ja. Was heißt spawnen? Die Mutanten errichten die wieder. Ja, ja. Ja, stimmt. Das ist ja quasi deren Wohnzimmer. Da hast du auch keinen Bock, dass die Tür die ganze Zeit offen steht. Um die Tür zu ziehen. Zieh. Lecker, lecker, lecker Cola. Ja. Na, 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 na. Mal kurz die Vorräte aufstocken hier. Ist da gar nichts drin. Ist das für Fische? Ja. Die wischt man im Angeln. Ja, ist ein Fisch. Deiner ekliger Fisch. Oh, komm weg hier. Ich liess mir das zu laut. Ich steh mal rein. Ja, hier ist unser Fässer. Boah. Meine Fresse, ey. Wo ging es denn jetzt hier lang? Haben wir hier schon getaucht? Nee, oder? Ich glaub nicht. Das geht hier aber weiter, Floschi. Auch hier müssen wir, glaub ich, tauchen. Ja. Ja. Juhu. Ich würd's zumindest mal probieren. Ja, hier kann man nix da tauchen. Hey, hier sind wieder Profis am Werk, meine, die Zuschauer. Oh man, was ist denn das hier für'n Käse? Guck mal da. Boah, ich hol mir jetzt erstmal die Taschenlampe, weißt du? Wie laut ist dieser Wasserfall, ey. Meine Ohren. Geh weg. Boah. Hier geht's glaub ich lang. Bei mir. Ich komme. Nee, oder? Dann sind wir von hier gekommen. Oh, das sieht gut aus. Nee, nee, von hier sind wir nicht gekommen. Ist auch frisch. Oh, ein weiterer Sprung. Ah. Noch im Wasser gelandet. Äh, was? Wo, wo? Ich weiß nicht. Wo? Ah, dreckiges. Boah, so viele, so viele hinter dir. Boah, noch mehr. Komm her. Hinter dir zwei Stück, drei Stück, vier Stück. Wo? Woher? Wo? Wie? Was? Wann? Warum? Boah, ich hab'n Kopf und Ball. Kiss dich, du Lump, ey. ich habe auch nur ein puls von 342 farbe ist das nicht der gewicht in kilogramm sie ist not dead she is sleeping okay okay halte ich mit farbe an bist du gerade gelaufen oder war das wieder so ein dickes wo ist denn die farbe die lag hier hier meine ich hast du die geklaut dann reicht der alte farbe einmal wahrscheinlich nur für deinen massigen körper richtig hier ist sackgasse wie du musst achten ja gut du kannst auch keine dickenwitze machen warum nicht wir sind übrigens falsch abgewogen warum kann ich keine dickenwitze machen ja mal witzig über die selber lustig machen ich habe keine ahnung wie wir gerade sind also wir waren hier auf jeden fall noch nicht wie geil dass er instant den taucheranzug anzieht sobald man da wasser gerät was war das was wir sind gerade felsen durch die gegend gerollt wieso ist hier so eine wand zeichnung kann man hier vielleicht tauchen na gut meine taschenlampe ist leer die hat ja mal richtig viel saft gehabt was für eine verarsche hier geht es leider nicht weiter hör auf diese armen wehrlosen opfer zu misshandeln ich finde es auch gut dass wir die ganzen rüstungen die wir gefunden haben dass ich die auf diesen rüstungsständer gepackt habe also weil äh können wir nicht hier runter tauchen ja das sieht ziemlich tief aus das ist ja die frage ob man da irgendwo rauskommt naja ich tauche da sind wir diese brotkumen im wasser ich bin dicht hinter hast du gepupst ja sorry ab da ist noch eine cola nach dem tauchen jam 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 ja ist doch hier eine verarsche na gut dann tja da kannst du machen nix du ist auch geil dass man nicht straight nach oben tauchen kann naja man muss immer sich es ist echt total man muss immer so eine schleife drücken äh schraube drücken mir ist kalt äh müssen wir da lang ne 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 warte mal ist das nur ich finde das so cool dass das licht ich brauche einen feuerflaschen äh vom taucheranzug die hellste lichtquelle ist die haben und es gibt nicht mal eine taucherbrille das gewähr das ich bin das ist nur ein ding ja du läufst durch so eine höhle ne und denkst du an nichts findest du eine taucherausrüstung freust dir da den keks deines lebens und dann hat das ding nicht mal eine taucherbrille ich finde das ist scheiße asozial asozial ja mein gott wie geht denn die scheiße jetzt hier weiter hier ist auch nochmal hier ist ein gang ich weiß nicht wo ich hier lang gelaufen bin ich auch nicht aber es könnte sein dass wir hier richtig sind noch tauchen alles tauchen ohne witz du berührst das wasser und zack ist der taucheranzug an ist kalt und du bist nass baue ein feuer um dich ok hier ist ein feuer ach das haben wir schon mal gemacht na gut dass die überall in der höhle die unsere feuer sind oh erstmal ein fischi essen und erstmal einen cola trinken wir hatten ein stück schokolade ja me ja me ja me ja me ich glaube hier hatten wir auch angefangen die ähm die ganzen Viecher hier zu brutzeln hier müssen wir lang komm her ja bist du sicher weil hier unten geht es auch lang glaub ich ja aber hier ist ja hier ist der tunnel mit dieser schiebetür ok und hier ist noch ein ja wir müssen jetzt eigentlich gleich schon da sein wieder im krater drin ja exakt ja ah und hier ist die lange steinbrücke ich hab so einen orientieruchsen das wieso ist das eigentlich so ein warum sind da so schwere eiserne türen keine ahnung keine ahnung warum liegt hier Stroh vielleicht auf irgendwer hast du keine Mütze auf keine Mütze warum hast du keine Mütze ja genau so ging der Dialog warum hast du keine Mütze auf warum liegt hier Stroh ich weiß auch nicht warum liegt hier gestrocknetes Gras was ist das hier für ein Film die mit dem roten Halsband so jetzt sind wir hier die ganze Nacht rumgeirrt dann haben wir wieder den Helikopter das hat mir letztes Mal so gut gefallen kein Fall nein da gehen wir auf gar keinen Fall nochmal rein der Helikopter ist tabu tabu waaah fuck you bitch hallo der Einer hat schon ha 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 boah nein oh was geht das denn überall ja ich bin halt ne gangster for life da ist wieder der Bauchplätscher der Bauchplätscher da fliegen Steine durch noch ein zweiter Hallöchen Hilfe Hilfe Danny Aua ich wurde umgehauen ich glaub gleich fliegt er einer ist da wo ist denn der zu der andere Vogel der steckt dahinter der hat sich hier festgesetzt der Dicke erstmal mach ich mir sein nach hey du Bastard geh dich um ich sprech mit dir waaah man muss doch nicht gleich so schnell kommen chill nochmal hey was spielst du von mir und hab schön in den Po Po hab in den Po Po wo ist der andere boah der hat mich echt einmal platt gemacht ey mich hat er auch einmal einfach überrascht einmal kurz erschrocken aber es wird gleich dunkel wie kommst du da rauf wegen der Milch wegen der Milch wegen der Milch was ist hier hier muss man glaub ich tauchen geh mach vor los ich geh tauchen tschüss hier kann man gar nicht tauchen doch hier kann man tauchen wirklich? äh das muss man hier was sprengen ah hier ist ein Loch im Boden wieso zieht er jetzt nicht die Taure aus aus? ist da was zum sprengen sagst du? nein da ist direkt ein Loch wo du runter tauchen kannst ich bin da jetzt schon das ist spannend so das ist doch schon mal ganz gut aus hier einmal hier drunter durch da muss man hier weiter und ich glaube die Luft ist gleich alle äh Freunde wann ist das hier denn vorbei? ich glaube ich kann meine Luft unter Wasser nicht wächst hier ist kalt also wenn ihr jetzt nicht gleich das Ende kommt habe ich bald ein Problem äh nee äh nee als ich habe noch ein viertel luft habe ich noch reicht doch das weiß ich nicht ich bin noch nicht ansatzweise am Ende Entschuldigung ich bin gerade aufgetaucht aber erstmal Luft aufgefüllt hier und erstmal ein Feuer machen wow was ist das für ein Sound das sind ja die Dicken die oben an der Oberfläche rum sind das hat sich aber sehr sehr dick angehört so jetzt muss ich erstmal hier das weg das muss ich nochmal neu anfüllen so wow was für ein Bild Alter hörst du das? das ist ganz schön laut ich habe ganz schön Angst du hast immer Angst das ist äh das heißt nichts wir brauchen auch gar nicht erst weiter gehen weil ähm diese Folge ist ja dann mach jeder auf den Unterschlupf bauen Unterschlupf bauen Unterschlupf bauen Unterschlupf bauen Unterschlupf wir sind nämlich am Ende dieser Folge angekommen aber du bist ein blödes Stück Scheiße ich habe mich schon wieder erschrocken oh ja was war das denn ich weiß nicht alter Flosche ich hoffe du hast noch einen Stock dabei ich darf es gerade nicht genug stecker das wärs gestrandet in der Höhle ja liebe liebe Freunde der guten Unterhaltung wir sind am Ende dieser Folge angekommen wir bahnen uns den Weg durch die Höhle zu Timmy und sind gespannt was geht hier ab? hör auf damit ähm wir sind gespannt was uns hinter diesem Loch erwartet hört sich komisch an aber ist so ähm falls euch diese Folge gefallen haben sollte lasst uns gerne ein kostenloses Abo da aktiviert gerne die Glocke für die nächste Folge und dann hoffe ich sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin ciao genau tschüss